Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich begrüße euch wieder herzlich zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind mal wieder, oder seit längerem mal wieder, was ist das nochmal? Ah genau, Schlachtfulgeleas. Ach, total durcheinander. Mann, Mann, Mann. Ne, Schlachtunggeleas, genau, ja. Ja, drei Stützpunkte, 1, 2, 3. Mal gucken, ob die Leute wieder gleich Leuchtturm gehen, das wäre wieder total bescheuert, aber das wäre ja nichts Neues. Das ist halt das Risiko, was meine Random BG hat. So, hat sich hier was geändert? Nö, das Equip ist gleich. Äh, Talente sind auch gleich, Klüfen sind gleich. Ne, da hat sich jetzt so nichts geändert. Ich warte ja immer noch, bis ich meinen Krempel zusammen habe, bis ich den Viererboni habe und die passenden Items. Das wird aber noch eine Weile dauern. Müssen wir ein bisschen warten. Aber gut, wir haben doch Zeit, ne? So, einmal alles durchwaffen. Gut, uns fehlen noch zwei Leute. Die alle sind wieder voll. Oh, was haben wir hier? Oh, wir haben drei Heiler schon, drei Druiden. Ja, gut, das ist gekürzt bis auf den einen. Die Milicherm ist nicht so gut. Der eine Schur bin nicht so, der ist schon etwas besser dran. Drei Hexer. Unser Team ist jetzt nicht so schlecht. Wir haben auch hier einen Ausreißer nach unten. Nach oben haben wir auch was. Ja. Ne, das ist kein, es sind zwei Eulen. Ne, eine Eule, ein Heiler. Gehen wir noch ein Milie rein. Die haben zwei Schurken, das heißt, die können natürlich hier die Mine tappen. Tappen, wenn sie wollen. Ja, gut, dann buffen. Gleich geht's los. Wir gehen logischerweise immer nach Wasserwerke, weil das am einfachsten zu verteidigen ist. Man hat einen kürzeren Weg, wenn man von, wenn man hier respawnt, also hier oben respawnt und dann darüber läuft, ist man schneller da, als wenn man hier den ganzen Hügel rüber, runter und dann zum Leuchtturm muss. Unabhängig davon, die Allianz hat direkt da hinten auch ihren Spawnpunkt. Das wäre das gleiche, wenn die Allis am Anfang gleich zur Mine gehen. Macht auch nur bedingt Sinn. Aber gut, muss man halt immer probieren. So sehen wir hier schon was. Na, da ist schon mal was. Ich bin nicht alleine, das ist schon mal gut. Ne, ich gehe mal ein bisschen LOS. Jetzt holt er sich die Trap-Ding aber aus. Ja, genau. Pack mich in die Trap. Das ist extrem wichtig als DD. Komm. Gehen wir mal auf den Druiden hier. Ziehen wir mal den Weg. Irgendwie hängt es gerade. Guck mal an's. Dann. Ich mach mal Wall an. Kein Bock, dass der Hexe da jetzt irgendwie an mir durchzieht. Ja, das leckt irgendwie ein bisschen. Wunder mich daran, dass der jetzt gerade sich ziemlich wehrt. Aber wahrscheinlich den Kampf verliert. Das ist der nächste. So. Dem mal ein bisschen was geben. Den kicken wir. Töten wir. Das war der erste sogar. In dem Match gehen wir mal ein Heal. Da bleiben wir dran. Den brauchen wir nicht Stunnen. Das macht der Schurke nämlich für uns. Da ist er in der Killshot-Range. Jetzt kommt ein anderer Exer wieder. Alexander, also drei haben die ja. Du kriegst einen Stunnen. Du brauchst keinen Chaos auf mich, Carsten. Killing Spree. So gehört sich das. Den können wir uns noch abstauben? Nein, können wir nicht. Können wir den noch ein bisschen heilen. Nochmal, komm her. Ich brauche mich voll. Ja, das ist natürlich sehr clever, wenn du... ...und jetzt fliegen. Da fällt mir nichts ein. Sieht, dass ich einen Heilen haut ab? Ach, da ist ja was. Haha, cool. Du bleibst hier, Freund. Also, dann töten wir dich einfach. Weil wir es können. Okay, Krieger hatten. Aller Wahrscheinlichkeit nach. So, der hat die kriegt. Nochmal buffen. Da ist schon wieder Ink. Die kommen wir mal raus. Die packen wir uns vier. Dann machen wir mal den Stunt raus. Dann füllen wir ihn. Na, nicht ganz. Wir hatten der Krieger halt gekriegt. Mina ist noch uns. Genau. Ist da überhaupt Ink? Na, komm aus dem Kampf. Nö, da ist kein Ink. Geh mal weg hier. Heilen müssen wir auch nix. Da ist ein Schurke. Einer von zwei. Jetzt hier Ink. Da ist einer. Da ist irgendwie nix. Boah, ein bisschen langweilig gerade. Wir haben uns Freedom. Helfen wir dem ab. Mein Hunter, du gehst jetzt nicht auf die Eier. Helfen wir den halt. Du gehst ja weg. Trap. Ah, bleib ich drin. War ist an. Bleib viel mehr bereit. Kick. Fast in line. Du gehst dann. Dann töten wir jetzt. Ja, okay, gut. In Überzahl. Na, ach, schade. Heilen wir den. Heilen wir dich. Oh, mich. Schon können wir auch noch heilen. Jetzt können wir eigentlich rüber. Wo ist der Krieger? Ist der vor uns? Nee. Ganz woanders. Ja, Schurke. Sepp. Oh, du Idiot. Äh, wie, da ist noch ein Hunter. Na komm. Hau mal dich weg. Bis dann. Du stirbst. In der Dispersion. Eigentlich doch. Bubble mir. Das ist zu brenzlig. Das ist aber sogar noch die Wall an. Nächsten. Das werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Jetzt mache ich das auch nicht mehr mit. Harmin noch. Schurke lebt auch noch. Ach, da ist der Schummi wieder. Drecksau. Das wird jetzt nichts. Nein, das kann ich nicht überleben auf Dauer. Aber wir haben den Schurken noch ein bisschen am Leben gehalten. Er lebt immer noch. Prima. So gehört sich das. Ist da Hilfe? Aber keiner da heilen kann. Na gut, was soll's. Kann man nichts machen. Hätte ich einen Ank. Ach, der hat ja gar kein Hand auflegen bekommen. Ja dann. Dann hätte ich ihn auf mich benutzen können. Ich habe gedacht, ich hätte es ihm gegeben. Naja, was soll's. Gehen wir wieder rüber. Ja. Das BG könnte sich dezent zu unseren Gunsten entwickeln. Weiterhin. So, wo sind sie? Na, nicht hängen bleiben. Tappt und dann kommen wir jetzt zu her. Ja. Na, natürlich. Ich wurde jetzt geführt. Panta tüten wir. Stirb. Zieh hoch. Hexa kickt. Hexa. Und stirbt. Ach, die Botschule. So nett, Leute. So nett. So nett. Das schaffen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Da hätten wir einfach mal aufpassen müssen. Na, war aber zu gierig. Ist da überhaupt ein Heiler dabei? Ja, ein Heiler ist dabei. Geil, warum heilt der nicht? Also, deine Damage macht der auch nicht. Das, was der, das kriege ich auch noch nicht sein muss. Ja, schnelles Match. So, so sieht das. Das ist ein etwas gewohnteres Bild. Der zweite Miel, das sagt er noch. Ja gut, okay, der andere war hier. Ja gut, war kurz und schmerzlos. Ähm, ja, ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.